Mein Tag heute war eigentlich bis jetzt sehr, sehr gut. Jenny, 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 kannst du was für mich machen? Kannst du, äh, Marks Nippler blecken? Ja. Und mit der Shakira habe ich heute auch geredet. Hörst du mir so nach? Ich guck nur ein bisschen zu. Okay. Der Max, der macht mich schon ein bisschen verrückt. Jenny und ich, wir flirten ja so ein bisschen undercover, ne? Er flirtet halt einfach sehr gerne. Max, halt dich zurück. Soll ich mich zurückhalten? Ich würde ja nicht so sein, wenn ich wüsste, dass du das händeln könntest. Meinst du, ich kann dich händeln? Ja. Meinst du, du kannst mich händeln? Ja. Ich glaube, ich habe ihm ein bisschen im Kopf verdreht. Shakira ist auf jeden Fall eine Frau, die, ähm, die jedermann, glaube ich, gerne haben würde. Hast du was dagegen, wenn wir uns küssen? Nee, ich würde es gerne sehen sogar. Das, was man haben möchte, holt man sich auch. Hast du das gehört? Max hat Abstand, ich schwöre. Man muss ja ein bisschen mit seinen Reiz spielen, ne? Shakira ein bisschen hier aus der Fassung bringen. Ähm, so, mit was fangen wir an? Jetzt kriegst du ein Make-up-Tutorial. Willst du dich abschminken? Nein. Der kommt einem so nah, da kommt halt dein Gesicht und da so, ah, du siehst so gut aus und, ah. Du denkst, du bist die Queen? Herself. Weißt du, was du bist? Was denn? Demptatione. Warum? In Person. Hä? Oh, yeah. Wäre ich jetzt frei, 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 frei wie ein Vogel, dann wäre das sehr, 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 sehr gut. Aber ich bin's nicht. Ich bin ja eigentlich mit Marvin. Nein, ich muss erst mal meine Ehekrise klären, dann können wir... Hä, was für Ehekrise? Kann man anknüpfen. Ich kann ihm doch jetzt nicht hier fremd gehen. Seid ihr zusammen? Schon, irgendwie. Nee, nee, seid ihr zusammen? Nee. Ja, hast du gehört? Sie sind nicht zusammen. Du denkst mich in Teufelsküche, Max. Nee, ich bin doch die Teufelsküche. Ja, stimmt.